So, Bäuschen vorbei, Analrakete ist angekommen, stopp, ganz kurz diesen hier, ok, und wieder rein. So, Aufrüstwerkbank, gibt's jetzt hier endlich mal eine? Bitte. Ich möchte mein Lichtschall aufrüsten, ne? Sonst muss ich halt zur... Oh Gott, Flotte, zurück. Aber hier scheint's auch keine zu geben. Oh, nö. Auf meinem Raumschiff kann ich das ja auch nicht aufrüsten. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Dorte. Okay. Äh... Ne, hier ist schon wieder die Grenze. Da sind Feinde. Lasst mich in Ruhe. Was ist das hier? Fähre zur republikanischen Flotte. Gewaltsamer Aufstand. Was? Okay. Flüchtlinge aus den Fabriken, Sir. Sie wollen kämpfen. Oh, Junge. Jedi, wir haben hier ein echtes Problem. Ich hab oh eins. Hey, holt mir Heik an den Comlink. Wenn die Leute da nicht in Rekordzeit evakuiert werden, können wir auch gleich Gräber ausheben. Ich bin dran. Tut mir leid. Corellia Chemical ist kurz davor, in die Luft zu fliegen. Und im Explosionsradius gibt es einen ganzen Haufen Zivilisten. Wie sieht die Lage in der Fabrik aus? Die Republik wollte ein paar Imperiale aus der Fabrik vertreiben. Dabei kam es zu schweren Schäden. Ein Feuer im Innern hat die Maschinen an den Rand der Überladung gebracht und wir haben kaum noch Zeit. Wenn nicht bald jemand reingeht und die Maschinen abschaltet, wird aus der Fabrik eine gewaltige chemische Bombe, die inmitten der Zivilbevölkerung hochgeht. Ich werde die Überladung aufhalten. Sonst noch was? Geht einfach rein und schaltet alle Raffinerieantriebe ab. Das wird aber hart, denn da drinnen wimmelt es noch immer von imperialen Kampfdroiden. Und diese Dinger werden nicht einfach zusehen, wie ihr eure Arbeit erledigt. Ihr werdet euch schnell bewegen und hart kämpfen müssen. Ja. Ja. Hier gibt es keine Aufrufswerkbank. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich muss ernsthaft zur Flotte zurück. Ach, Mann, ey. Ja, komm. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Geht ja nicht anders. In der Zwischenzeit. Kann ich ja mal ganz kurz hier machen. Ähm. Das hier. Das hier. Äh. Nicht wundern, ich bin gerade mal rausgetappt. Denn, äh. Ich muss kurz was gucken. Jo. Das passt alles. Das. Ähm. Das. Und das. Und wir sind ja eh schon da. Also. Also. Passt alles super. Ich frag mich sowieso. Das ist ein komplett eigenständiger Planet mit einer eigenständigen Hauptquest. Warum wurde mir das als gelbe Quest angezeigt? Das irritiert mich sowas von. Äh. Äh. Wo ist der Raumhafen? Da lang. Ich bin halt sowas von verwirrt gerade. Genauso wie ich schon Quests habe, wo ich angeblich den Imperator umgenietet habe. Ja. Was soll ich dazu sagen? Na ja, dann. Ich muss dann doch noch mal zur Flotte zurück. Äh. 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 Missionen. Missionen. Ja. Es ist cool. Jetzt ist komplett gelb. Beweis. Ist mir Schnurzpieps. Hier gab es keine Aufrüstwerkbank. Ne. Ähm. Jetzt. Hä? Ne. Ich will. Stopp. Nein. Ich will. Ich will zu mir. Hier die Ritter. Ich bin auf der falschen Seite. Lull. Da waren wir auf der falschen Seite. Da. Da waren wir eiskalt falsch. Hier gibt es auch keine Aufrüstwerkbank. Ne. Toll. Da brauchen wir uns nicht angucken, wie wir starten. No. Ja. Achso, geht schon weiter. Sorry, äh, ich hab gerade noch's gewesen. Das hier... ...republikanische Flotte. So, so, so... ...batsch. Ähm... Wie gesagt, diese Raumschifflane und Startsequenzen, die werde ich alle überspringen. Das ist... Müssen wir nicht sehen, müssen wir nicht haben, passt alles so wie es ist. So, jetzt kann ich wenigstens aufrüsten, ne? Äh, Hauptebene. Ich find das Ladebild hier immer noch babamäßig. Tü-tü-tü-tü-t. Hier haben wir einen! Na, endlich! Lichtschwert! Wie viel macht das jetzt? 178, 267! 178, 267! Ohhhh, Baby! Ohhhh, Baby! Ohhhh, Baby! Neun kritische Treffer! Ich... ...ganz ehrlich... ... ... Ohhhh, yeah! Ha, 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 ha! Ähm... Warum geht das nicht? Tuning, hier! Hä? Wo kommt das rein? Egal. Wird verkauft. Aber mein Schwert ist babamäßig abgehoben jetzt. Das ist babamäßig abgehoben gerade. Ach so, das wird schon überspringen genauer. Neues Sound? Nice. Ich habe die beste Rettungskapsel für Sie mankiert. Ich werde natürlich zusammen mit dem Schiff untergehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Oh, meine Güte. Kann der manchmal echt nerven. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ihr Angelegenheit ist... So. Ähm... Okay. Ähm... Ne, ja, ich mache jetzt die Nebenquests hier. Mein weiter Nachbar, der hämmert wieder mit irgendwas rum. Nice. Ich hoffe, das hört man nicht. So, so, so. Ja, der hämmert. Über mich aufregen, wenn ich mal laut zocke, aber der darf hier auch während ich streamen hämmern, geil. Und da darf man sich schnell aufregen. Mann, Mann, Mann. Ey, Leute, gibt es ganz ehrlich, da könnte ich mich aufregen. Genauso wie... Ich habe ja schon öfters mitbekommen mit dem Motor-Roller-Fahrer hier unten. Gestern war es ja richtig schlimm im Stream. Ich werde hier gleich mal rumprillen, wenn das weitergepocht wird. Also, das geht mal gar nicht. Ich müsste vielleicht mal meine Kleidung aufrüsten. Bringt aber nicht viel. Habt mehr als... Äh, äh, genug Auswahl jedes Mal. So. Dann machen wir mal ditte. Und wir fahren richtig. So, dann machen wir die ersten Quests. Äh, wo muss ich lang? Hier nicht. Nee. Ich dachte schon, da wäre... Warte mal. Was? Oh, da. Hier. Warte mal. Wo? Da? Nee, hä? Jetzt bin ich überfragt. Doch da hoch. Einmal, Mann, wenn man nebenbei noch was anderes macht. Äh, wo fangen wir denn an? Reise zum schwarzen Loch Corellia. Nein. Wir fahren wieder mit dem Taxi. Mit der Analrakade. Und gucken nach, ähm, Datacrons tatsächlich. Hier wird es definitiv ganz weit oben welche geben. Irgendwo ganz weit oben, ähm, hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Da lang. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reisehut. Äh, ja, dahin. Scheißruf. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Offenzahl. Ab geht's, ne, die Rakete. Ja. Ja. Das sieht immer geil aus. Dass man die Bahnstrecke sieht anstatt die Map. Cool. Das ist geil, also. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Müssten wir ja gleich da sein, oder? Jo. Äh, okay. Die geht ab wie Schmitz-Gatze. Und ganz ehrlich, wenn es hier auf Rüstwerkbank ist, dreh ich durch. Je, die Verteidiger. Willenviertel. Was? Ähm. Was ist denn mit dem Druiden dort los? Ha. Da gibt's keinen Druiden. Wow. Oh, ne, da ist ein Dreieck. Ah, was heißt eine weitere Mission? Hä? Grüne Jedis. Okay. Das ist sowas gibt es mir neu. Äh, mein Moin Darko. Ah. Der Feind wird jeden umbringen, wenn ihr die Linie nicht verteidigen könnt. Oh, moala. Peering. Desa. Maimi. Amka. Amga. Memua. Pamguana. Kumia. Yang. Memgampa. Paka. Hm, das Imperium wird diesen Sektor nicht halten. Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Ja, kann ja noch besser werden hier. War da unten gerade ein Sith? Da unten ist ein Sith. Ein Rächer sogar. Okay, Hauptaugenmerkmal Datacrons. Ähm, okay. Was ist das denn für Ener? Gibt es bei dem ein Schild zum Anklicken? Sag mal. Ich komm hier nicht noch jetzt. Nö, kein Schild zum Anklicken. Schade. So, mal gucken. Wie stark seid ihr? Oh, das ist der Sith. Mami. Der will mir Aua machen. Ich war stärker. Okay, also das ist echt hier ein bisschen und so, wie soll ich sagen? Ähm, ja. Genau. Ach du Scheiße, das ist verwinkelt wie Sau. Möchtest du mich nicht mehr hören oder ist die C geschlossen? Nö, ich bin am Zocken. Warum sollte ich raus und am Streamen? Warum sollte ich raus tappen und was anderes machen? Da, komm. Verrat mir das mal. Ähm, da lang? Scheiße. Ich würde den ganzen Umweg fahren. Ach, nö. Nach Datakon sieht es mir hier nicht aus. Und wenn DC geschlossen wäre, wäre ich ja im Discord nicht online. Um es online zu sehen. Ähm, kann ich da eventuell irgendwie hoch und so? T-t-t-t-t-t-t-t. Ja. Ähm. Okay, hier sollte man... Doch, hier kann man hoch. Äh, ein bisschen mit mir Quatsch und Zocken. Bin auch wieder da und stehe ebenfalls im SW-Tor. Ja, aber wie gesagt, ich bin gerade selber am Zocken und Streamen. Warum soll ich da raus tappen? Jetzt, nee. Du musst warten, bis ich die nächste Pause mache oder offline gehe oder keine Ahnung. Äh. Oh, ich muss hier. Und falls du dich fragst, warum ich auf einem anderen Planeten bin, es war eine gelbe Quest. Und das ist keine rote. Bevor es wieder hieß, hier, ich würde weiter voranschreiten und Hauptstory machen. Das kannst du dir dann auch gerne in der Stream-Wiederholung angucken. Dass es eine kackgelbe Quest war, wo ich... Ja. Siehst du, wie viele Aufgaben ich habe? Oh, okay, ich bin nicht da. Dann wird die Mörser-Artillerie erst mal Schrott gemacht. Äh. Bup, 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 bup. Da lang? Da lang. Äh. Boah, ja, komm. Oh, ja, komm. Hey, wie gesagt, es war eine gelbe Quest. Hey, was war denn das gerade? Was hat denn der gemacht? Das will ich auch können. Ich höre sie. Piu, 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 piu. Okay, Kira. Ich, die Soldaten, du den Sith. Los. Haha, die macht das wirklich. Haha, was für ein Tropfen. Kira, du bist so ein Tropfen, dass du noch machst, was ich sage. Hui, hui. Das macht bum. Ähm. Bum. Ah, jetzt. Oh, ich muss doch stehenbleiben, ernsthaft. Ein Sith Tyrann. Okay. So, die haben wir jetzt abgeschlossen. Welche waren das? Oh. So, die habe ich erst mal ausgeschalten. Ähm. Ach, die hier. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Die nächste wäre dann... Hä, wieder dort hin? Ist ja sinnlos. Ich vermisse mein Roadrunner. Ich vermisse mein Roadrunner. Komm mit. Du musst dabei sein. Ohne dich macht es halb so viel Spaß. Und die schießen auf mich. Ja, der Typsy war das genau. Okay, okay, okay. Ich würde hier tatsächlich erstmal aufdecken wollen. Das macht es für mich dann auch wieder viel einfacher, alles bestimmt zu können. Und Datacons suchen. Ja. Hey, wer hat erlaubt, auf mich zu schießen? Hört mal auf. Da ist irgendwas. Ich habe da irgendwas gesehen, das da. Sabotiere die Hange. Das ist aber hinter mir. Moment. Hinter mir ist dann hier irgendwo. Oh. Wer wäre es? Ich würde eure Statue hätten. Hier ist wieder was grünes. Falsch richtig. Ich fahre fast. Ja, doch. Komm, scheiß drauf. Mal entdecken erstmal da unten den Schniebel. Okay, wenn man hier eventuell hoch kann, dann müsste doch ein Feuer hier sein. Genau. Genau das wollte ich sagen. Ähm. Haben wir hier unten aufgedeckt? Da haben wir aufgedeckt. Also geht's weiter. Äh, hier. Automatisches Fahren. Besser. Besser. Schön. Äh, bleibt mal stehen. Da unten noch das Geschäftssektor. So. Okay. Was gibt es hier für Geschäfte? Äh. Wokken. Wow. Sau. Huo. Uh. Ab hier fahre ich wieder selber. Aw. Richtung. Ich muss hier landen. Warum gibt es hier so viele Jedis? Bei Angriff der Klonkrieger gab es nicht so viele. Komm, Deck-Uf! Nice! Aaaaaaaaaaaaah! Hilfe! Nein, aus! Fui! Nein, ich schmeckt nicht. Schön! Da hoch! Einmal schräg rüber. Aber der Planet ist echt schön. Kann ich mich nicht besch... Du Asteroide! Da erschreckt er mich einfach. Ach, was fällt denn dem ein? Ähm... Okay. Ich muss da lang. Na dann. Hey, stopp! Endlich! Ach, du Ohr noch! Na dann. Du wolltest es so. Und die sehen wir... Ach, Korkas. Dope-Billow-Typis. Ach, Scheiße! So schnell gedreht. Was ist das? Was ist das? Dann erlauben Sie sich zu heilen? Äh... Kira, du kannst doch... So... Aber jetzt... Ich bin mitten im feindlichen Gebiet... Wow... Bin ich hier irgendwie falsch? Weil hier gibt es keinen Ausgang mehr... Äh... 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 Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch... So wie das aussieht... Weil die auch einfach mal nix machen... Haha, guck mal, ich bin Jedi... Du nix... Ah... Ich hätt... Äh... Ich dachte, ich hätte was gehört... Komm Roadrunner... Ah... Gleich wird wieder was aufgedeckt... Nice... Kapitolplatz... Okay... Jetzt fehlt nur noch das in der Mitte... Das in der Mitte? Und da oben noch ganz oben... Okay... Das krieg ich mal hinne... Titte, Titte... Krieg mal hinne... Äh... Da geht's nicht rein... Da geht's auch nicht rein... Kann man hier überhaupt rein... Ja... Komm hier, fahr mal selber... Jetzt hier rum müsste ich... Genau... Alter... Deck auf... Deck auf... Deck auf... Komm... Gut, 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 gut... Ist doch nicht so schwer... Das ist doch nicht so schwer... Und jetzt nur noch oben das Stück... Dann ist die Ecke... Komplett... Woof... Gedeckt... Nice... Da wärst du schon... KW... Dann... Mö... 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 Grade Ausrichtung... Norden... Auf der Mitte, äh... Alter... Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Ähm, Altour... Nee, erstmal der hier. Äh, aufklären... Nee, hier aufklären. Du machst das... Und... Das sind alles ersten Gradesaufgaben. Wow. Dann kriege ich ja wieder nix. Äh... Ja. Das wird verkauft, das wird verkauft, das sowieso. Äh... Das ist einfach nur ein Geschenk. 61... 61... 61... 51... 55... 61... 61... 61... ... 75... 75... 61... Okay, das 55er war dort, äh... Ich muss mal ganz kurz stehen bleiben. Das automatische Fahren, das ist nicht angebracht hier. Das ist alles 61... 61... 61... 61... 61... 64... 62... 64... 61... 62... 62... 53... In zwei Leveln kann ich mein Schwert weiter aufrüsten, da müsst ihr ja mittlerweile über 400 Damage machen. Äh, da lang. Und nee, nein, außenrum. So. Ich komm dort Gornilang, lol. Regierungsbezirk. Cool, warum fahr ich jetzt wieder zurück? Nein, ich muss in die andere Richtung. Äh, okay. Okay. Scheiß Auto, bleibst du stehen. Das automatische Fahren ist echt manchmal nicht von Vorteil. Ja, okay. Keine Gegner. Ja. Äh, du, 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 du. Gibt's hier mal jetzt. Okay. Da oben sind wir! Da, wo wir hin müssen! So, aufgedeckt! Aufgedeckt! Ähm, schnell reisen wir da hin! Oh mein Gott, Entschuldigung! Jetzt können wir den beiden ein paar Quests machen! Wenn hier welche sind, ja! Äh... Held-Mission habe ich ja schon alle! Nö, kein Geschenk für mich! Schade, schade! So ein Schwert mit 1000, 5000 Attack Damage war schon nicht schlecht und so! 10.000 Leben! Stufe 47! Kriege ich den? Ja! Den kriege ich mal! Ich bin schon zu lange am Sitzen! So, du fährst bitte wieder automatisch! Ha! Habt mich an euch vorbeigemogelt! Und links rum! Und Kral aus! Ja! Äh, komm ich da durch? Ah! Ich fahr unten durch! Ah! Äh... Oben ist nichts mehr! Also könnten wir direkt hier nach unten bümmeln! Nein! Gibt's hier irgendwas drinne? Nö! Warum steht der Jebi einfach nur faul rum und macht nix? Ah! 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 Keine Sorge! Ah! Ah! Hey, wir haben dich befreit! Renn weg! Renn! Renn! Rette die Geiseln. Hausmeister. Das ist nicht hier. Okay. Und nicht. Dann nicht. Ja, lass es dir schmecken. Dann nicht, dann nicht, dann nicht. So, und dann nach unten. Äh, ja, und dann bin ich weiter nach unten. Oder von da oben. Wir werden mal von da oben vorsichtshalber reinfahren. Fand ich erst sicher. Kämpf ist hier sowieso sau gut geworden. Nicht XP. Das ist auch nicht das Problem. Aber ich muss die Maps einfach aufdecken. Das ist... Bei Star Wars ist das so ein Tick von mir. Das geht einfach nicht anders. Weil da sieht man wenigstens gleich von vorn rein, wo man ist. wo man hin muss. Und... Genau. Wie sieht es hier aus? Wie stark seid ihr? Ah, ihr seid Willow-Dinger. Ja, komm. Ja, okay. Du hast ein bisschen mehr Leben. Roadrunner kommt auch hinterher. Das ist unser nächstes Ziel. Das war unser nächstes Ziel. Und wer steht? Ich bin dein Gegner. Jetzt haben wir das Stück auch aufgedeckt. Ist nur noch unten. Okay. Okay. Da ist nur noch unten aufzudecken. Und ich denke mal, das krieg ich mal hin. Eigentlich ist ich gerade die ganze Zeit durch die Gegend renne. Äh, muss ich in die Richtung. Ich muss tatsächlich in diese Richtung. Lul. Ah. Hi, wer auch immer du bist. Gib mir... Lass mir ein Follow da. Aber es sieht geil aus. Also... Ja. Baba-mäßig. Kann man sich nicht beschweren. Auch wenn das Spiel schon über 10 Jahre alt ist. Also... Ja. Und das ist ein Game für jedermanns PC. Und das ist das Schöne daran. So Gruppenphase. Jeder kann eintreten. Ah, ich bin erst da. Ah. 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 Ich bin erst da. Ah. 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 Holy shit! Die haben ein bisschen mehr drüber als die anderen. Och ne, das ist eine Helm-2-2-Mission. Kann das sein? Das erste. Ja, das ist eine Helm-2-2. Da muss ich dich auf Heiler lassen, Kiro. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Alter! Hey, da halten die was aus. Das ist mal echt schön. Nicht schön. Ah, mutterfuck. Ne, wir gehen erst mal wieder raus. Die machen wir später. Vielleicht mach ich die mit jemandem zusammen. Mal schauen. Überlege ich mir noch. Das überlege ich mir noch. Aber gut. Die Zeit ist sowieso erst einmal rum. Ich werde jetzt den Stream kurz beenden. Ein neues Spiel starten zur Minecraft. Was ist das? Was ist das? Rockstar, dancer, till I drop. My life is a party, my home is the club. My stage is the dance, your party never stops. Eat a life, wir sind sie wieder. Das über rusty alles. Bis zum nächsten Mal. Euer verdient.